Salam alaikum und alaikum salam, liebe Freunde, ich bin's, euer Wakayashi und das sind die Video-Patch Notes vom 6.9.2023. Es gibt etwas sehr Großes, was wir bereden müssen, ja. Bevor es losgeht, also unten links seht ihr schon so ein Overlay, ne, World of Tanks. Wir haben gerade da so ein kleines Giveaway für euch geplant, also ich habe ein Giveaway für euch geplant. Und zwar bei allen 50 Registrierungen über meinen Link, den Link werde ich unten in die Beschreibung mal mit reinpacken, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr euch registrieren, könnt ihr das Spiel spielen, es ist kostenlos Free-to-Play und könnt dann einmal bis zum ersten Random-Match spielen. Wenn ihr das erste Random-Match gespielt habt, ja, geht die Anzeige um eins hoch, schickt mir davon gerne einen Screenshot im Discord, den Discord findet ihr ebenfalls unten, Link in der Beschreibung und dann macht ihr automatisch an dem Giveaway mit, ja, nehmt ihr teil. Bei allen 50 Registrierungen gibt es 100 Euro Giveaway und das Ganze erhöhen wir bis, keine Ahnung, also ich habe mal abgeschätzt, wahrscheinlich schaffen wir so 100, vielleicht 150, bis zum Oktober geht das Ganze, also wenn ihr Bock habt, meldet euch gerne und dann, ja, können wir das gerne angehen. Ihr macht dann automatisch am Giveaway mit und ich werde das auch ebenfalls im Stream verlosen, also dass das alles super transparent ist. Aber fangen wir jetzt erstmal an. Wir schauen uns die Events an, dann ein paar Ankündigungen, dann Perlshop und dann Update EU, Update Korea. Fangen wir an. Also, zuallererst ein Event für Neulinge und Wiederkehrer. Wenn ihr also 30 Tage lang nicht gespielt habt und jetzt wieder zurückkommt, habt ihr Anrecht auf dieses Event, Wiederkehrer-Event und als neuer Spieler giltst du, wenn dein Account höchstens 60 Tage in der Vergangenheit liegt, also wenn die Erstellung des Accounts nicht länger als 60 Tage ist. Und dann gibt es einfach ein paar Einlog-Belohnungen. Hier seht ihr schon, was ihr bekommt. Neulinge, wir bekommen ein paar Mates, ein paar Perl-Items, genauso wie auch die Wiederkehrer. Die Wiederkehrer bekommen ein bisschen weniger als die Neulinge, aber eigentlich ist es nur eine Einlog-Belohnung. Dann gibt es ein Gilden-Event und zwar ein Gilden-Event fürs Einloggen. Ihr müsst in einer Gilde sein, wenn ihr dann in einer Gilde seid, geht es ab dem 7. September los, also ab morgen bis zum 3. Oktober. Jeden Tag einloggen und die, ja, Daily-Belohnung mitnehmen. Da gibt es ein paar Items, die ihr nur an die Gilde packen könnt, also in einer Safe-Zone müsst ihr dann euer Gilden-Lager öffnen und das da reinschieben. Euer Gildenleiter wird schon wissen, was er damit zu tun hat, ne. Danke auf jeden Fall dafür, für die ganzen Gilden-Mitglieder, die das machen. Schmeißt es nicht weg oder so, gönnt es einfach der Gilde. Die Gilde wird schon irgendwas machen, damit ihr davon auch profitiert. Und darüber hinaus gibt es auch noch, ja, für jede abgeschlossene Gilden-Quest mehr Belohnungen, ne. Die Items, die ihr selber nicht verwenden könnt mit dem Tag Gilde, die packt ihr ebenfalls ins Gilden-Lager. Euer Gilden-Leiter wird schon wieder wissen, was damit zu tun ist und ihr werdet sicherlich davon auch profitieren. Okay, Event Nummer 3. Es gibt wieder Altmond-Siegel von den World-Bossen, außer von Well. Ihr geht hin, ihr tötet einen Boss und ihr bekommt so einen Altmond-Siegel, einen, ja. Und dann könnt ihr sie eintauschen gegen verschiedene Dinge, ne. Hier seht ihr, bei Satina könnt ihr sie eintauschen. In Velia ist sie hier, in Seidel ist sie hier und so weiter und so fort. Aber ihr seht hier, ihr könnt sie gegen verschiedene Items eintauschen, ne. 1 zu 20 Urgeil-Staub, 1 zu 3 Magie-Splitter und so weiter und so fort. Hier unten gibt es auch noch so ein paar Housing-Items, ne. Diese Kisten, die ihr hier seht, das sind einfach konzentrierte Boss-Auren, die ihr sonst nur durch das Einschmelzen von, ja, den entsprechenden Waffen bekommen würdet, ne. Also hier seht ihr schon, wenn ihr diese, ja, 10 Altmond-Siegel zu Satina bringt, könnt ihr diese Quest auch machen, ne, wo ihr dann quasi 10 Xaka-Auren bekommt, 10 Offen-Auren oder was auch immer. Das gleiche auch für Rüstungsteile, ne. Gut, Event Nummer 4 ist ein Lifeskill-Event und zwar gibt es 50% mehr Arbeits-XP ab heute für zwei Wochen. Das ist aber nicht alles, also 50% Arbeits-XP außer Handeln natürlich wie immer. Ihr habt außerdem beim Sammeln noch Chance auf einen goldenen Bärenstein mit Insekt. Das ist ein Buff, den ihr euch bei Lara am Ende abholen könnt. Ich glaube, es war Lara. Ich glaube, es war Lara. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei Lara war. Da steht es auch, bei Lara. Und ihr könnt diesen, ja, diesen Bärenstein dann bei Lara eintauschen für einen 5-stündigen Buff. Dieser Buff gibt euch dann 30% Arbeits-XP, minus eine Sekunde auf Koch- und Alchemie-Zeit, plus 50 Meisterung der Arbeitstalente, maximale Tragglas 100 und Verarbeitungsrate 10%. Das ist noch nicht alles. Außerdem gibt es ja dieses Minispiel, das ihr ja unter P aktivieren könnt, unter P und dann Lifeskills. Wenn ihr das aktiviert habt und dieses Minispiel bekommt, bekommt ihr die Items, die ihr sonst bekommen würdet, mal 10. Ihr verbraucht aber dafür auch natürlich mehr Energie. Aber ihr habt auch überproportional mehr Loot als Loot im Vergleich zu Energieeinsatz. Das Ganze wird bei diesem Event für zwei Wochen verdoppelt. Das heißt, ihr habt eine doppelte Chance auf diese Minispiele. Also, Lifesklar an die Macht. Au, Lifesklar an die Macht. Gut, dann kommen wir zu einem dunklen Rist-Event. Das hatte ich schon letzte Woche angekündigt. Und wer sich die Patch-Notes letzte Woche angehört hat, der profitiert heute dreifach, Leute. Nicht nur einfach, sondern dreifach, ja? Ihr habt richtig gehört. Wer sie nicht gehört hat und heute diese Information mitbekommt, Es wäre jetzt ein guter Moment, um diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und jedes Video zu liken, damit auch hier ein bisschen Support ankommt, Leute, ja? Also, fangen wir an. Ab heute geht's los bis zum 20. September und es werden auch alle bestehenden Rist-Bosse abgeändert. Was passiert? Zuallererst befinden sich in diesen ganz normalen herkömmlichen Kisten nun auch Ohrringe der schwarzen Verzerrung, also Distos, ja? Ihr habt eine Chance auf Distos bis die, okay? Und dann haben wir außerdem die Chance auf Event-Quelle der instabilen Kraft. Dieses Item kannst du hinterher bei Alustin gegen eines dieser Rüstungs-Item eintauschen. Ist das nicht heftig? Einfach Preise von diesen Items goes rückwärts. Und die Chance auf Überbleibsel des Risses sind doppelt so hoch. Also, wir haben die Distos, wir haben diese instabile Quelle und wir haben doppelte Chance auf Überbleibsel des Risses. Und das gilt für alle bestehenden Risse, wenn ihr sie aufgespart habt, profitiert ihr heute, wie gesagt, dreifach. Macht sie dann aber auch so schnell wie möglich. Denn, ja, mindestens immer sieben Tage Cooldown, bis sie wiederkommen. So, und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Ja, letztes Event. Twitch-Drops. Ihr habt jetzt hier auf Twitch auch wieder Drops. Das soll aber ab sofort permanent sein. Also, Twitch-Drops sollen ab sofort permanent laufen. Das Ganze geht ab heute los. Bis auf weiteres steht hier. Wir wissen noch nicht genau. Aber im Grunde sieht es nur folgendermaßen aus. Ihr müsst einfach jeden Tag zwei Stunden einen Stream zuschauen. Ich glaube, der Timer, das steht hier nicht drin, aber wird sehr wahrscheinlich 14 Uhr sein. Bin mir nicht sicher, ob es schon in der Nacht beginnt um zwei Uhr mit dem Reset, mit dem Daily Reset. Oder ob es beginnt ab 14 Uhr, wie es so in der Vergangenheit war. Ihr bekommt dann für zwei Stunden zuschauen so eine geheime Kiste der Oase, ein Fail-Stack und drei Siegel für Drops. Diese Siegel könnt ihr dann wiederum eintauschen gegen verschiedene Items. Cron-Stones, Fail-Stacks, Glücksroll des Altmonds, dafür ein bisschen mehr Beuterate. Oder einmalig gegen ein Premium-Set, beziehungsweise Rat von Vikes. Dafür braucht ihr bei allerdings 80 Siegel. Wenn ihr jetzt täglich drei Siegel bekommt, sind das 80 durch 3. Das heißt, fast einen Monat müsst ihr halt da jeden Tag einsammeln, damit ihr sowas eintauschen könnt. Und diese einmaligen Belohnungen, die werden einmal alle drei Monate wiederkaufbar sein. Joa, sehr interessant. Also, ja, ja, ja. Bei Morco und Velia könnt ihr dann diese Siegel eintauschen. Interessant. Also, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Drops aktiviert, hier ist noch eine kleine Anleitung. Diesen Link werde ich euch ebenfalls selbstverständlich in die Beschreibung mit reinpacken. Ich mache mal die Musik aus, denn das Thema, was jetzt kommt, ist ein graues Thema. Ein trauriges Thema. Ich hatte ja vor kurzem, vor ein paar Wochen, ein Video hochgeladen. Mehr Pay-to-Win, weniger PvP in BDO. Und das wurde bis jetzt nur in Korea hinzugefügt. Aber mit dem heutigen Tage ist es offiziell. Am 13. September, nächste Woche, Mittwoch, kommen diese Änderungen auch zu uns nach EU. Ja, also, nochmal kurzes Feedback, kurze Revue-Passierung. 2016 wurden die Cronsons eingeführt. Die haben eine Million damals gekostet beim MPC. 2019 haben sie die Preise angehoben auf zwei Millionen. Und Kostümpreise wurden angepasst und so weiter und so fort. Und hier sieht man so ein bisschen die Inflationsrate. Zunächst möchten wir euch die Gesamtinflationsrate von Silber anhand des Einkommens der vergangenen Jahre demonstrieren. Ist halt klar, ein Spiel, ein MMO, hat halt das Inflationsproblem. Je länger die Server online sind, desto mehr Silber wird halt generiert mit der Zeit. Dann kam halt irgendwann noch Akris dazu, dann irgendwann die doppelte Loot-Score kam dazu und so weiter und so fort. So, also, was passiert hier? Wir bekommen 60% mehr Vikes Cry, wenn wir Kostüme extrahieren, gemessen an einem Premium-Set. Wir bekommen 60% mehr Crownstones von Premium-Sets, wenn wir sie einschmelzen. Dann haben wir hier eine Preiserhöhung von, ja, Kostümen, Premium-Sets. Eine maximale Erhöhung von 1,63 Milliarden. Das sind 94%. In Korea wurden sie um 120% erhöht. Also hier wurde das schon mal so ein bisschen abgespeckt. Hier steht aber auch, dass diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier heute sehen können, auch noch sich ändern können bis zum 13. September. Also, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, stimmt, Stand jetzt ist Maxpreis 840 Millionen und dann 1,63 Milliarden. Und der Verkaufspreis von Crownstones beim Schmied sind dann nicht mehr 2 Millionen, sondern 3 Millionen. Dann kommt noch dazu, dass Artisans im Cash-Shop nicht mehr 50 Pearls kosten, sondern 25 Pearls pro Stück. Dementsprechend müssen für 40 Euro, ja, für 40 Euro konnte man jetzt 100 Artisans holen regulär. Das wird jetzt dann wahrscheinlich auf 20 Pearls gehen für 100 Artisans. Ganz klarer Fall von mehr Pay-to-Win. Also, da kann man sich die Augen nicht verschließen. Mir ist es auch scheißegal, was da jemand mit maximal 500 Gearscore da in den Kommentaren sagt, ne. Ich bin nun mal der Experte. Ich spiele dieses scheiß Spiel schon seit 2018, Ende. Und ich weiß ganz genau, was das hier für einen Impact machen wird, ja. Und das hier ist ganz klarer Fall von mehr Pay-to-Win, okay. Ob ihr es gut findet oder nicht gut findet, ob ich es gut finde oder nicht gut finde, sagen wir erstmal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das deutlich mehr Pay-to-Win. Ich bin auch vor allem gespannt auf die Angebote. Wir hatten da mal so ein paar Gedankenbeispiele gemacht, ja. Normalerweise kosten 100 Artisans 40 Euro. Im Angebot kosten sie 20 Euro für 100 Artisans, ne. Also die Hälfte. Was ist dann jetzt das Angebot? 10 Euro für 100 Artisans? Ganz ehrlich? Schenkt doch einen fertigen Account dann als PA an die neuen Spieler. 700 Gearscore, soll er mit 700 Gearscore anfangen? Wieso soll er sich denn durchstruggeln? Schenkt ihm doch einfach direkt 700 Gearscore. Gut. Ja, dann ebenfalls andere Pearl Items, die man aus dem Cash-Shop kaufen kann und am Markt verkaufen kann, die werden ebenfalls um 94% angehoben. Und die Extraktion von allen Pearl Outfits, die man verkaufen kann, da kriegst du 60% mehr Vikes, 60% mehr Crown Stones. Das ist noch nicht alles. Ich hatte ja gesagt, das Video hieß mehr Pay-to-Win, weniger PvP. Kommen wir zu dem Part. Also, auch ab 2023, dem 13. September, also ab nächste Woche Mittwoch, gibt es keine einseitigen Gildenkriege mehr. Keine beidseitigen, keine einseitigen Gildenkriege mehr. Das heißt, Gildenkriege entstehen nur noch, wenn beide Parteien akzeptieren. Ein Angreifer fordert Opfer heraus, wenn Opfer bestätigt, sind sie im Gildenkrieg. Wenn Opfer sagt, nee, ich kammerbomb dich weiter, ich griefe dich weiter, hast du Pech gehabt, musst du PvP aktivieren und kannst dann reingehen. Kammer-System wird angepasst, wurde schon angepasst. Ist ja schon Family-Bound. Dann hast du 5 Minuten Server-Swap statt 10 Minuten. Du kannst alle 5 Minuten Server wechseln. Dann hast du wiederaufladbare Manis-Kammer. Ob die aber jetzt auch nächste Woche am 13. kommen, ist doch unklar. Erstmal, was bestätigt ist, ist, dass am 13. September die einseitigen Gildenkriege nicht mehr zur Verfügung stehen. Schluckt das erstmal runter, Leute. Während ihr das runterschluckt, gehen wir nochmal kurz über die Cash-Items im Pearl Shop vom Video durch. Schluckt euch, daran habt ihr jetzt ein bisschen zu kauen. Ich weiß, ich mache auch mal bitte die Musik an, damit die Stimmung jetzt nicht so krass bedrückt ist. Aber wir schauen uns jetzt einmal den Pearl Shop an. Also, dann. Pearl Shop ist heute ziemlich muck. Ja, es gibt ein neues Kostüm für Ninja Musa Striker Riese, also Berserker. Sieht so aus, ne? Geist der Dämmerung. Sieht erstmal per Default nicht so geil aus. Aber GM Enora, GM Enora, du kannst das Visier hoch machen, sieht super geil aus. Das finde ich wirklich nice. GM Enora hat hier ein paar Anpassungen gemacht und ich finde diesen übertrieben sick aus. Also das hier auf dem Musa, sieht schon Baba aus. So diese schwarz-rote, dunkelrote, so braune, das sieht schon Baba aus. Ja, Gold ist jetzt nicht so meins, genauso wie das hier. Das sieht mir zu sehr aus nach Giffenrasia. Aber, ja, gut. Regulärer Preis, ne? 2200 Pearls ist ein Outfit ohne Waffenskins. Es gibt einen Titel dazu und dann gibt es auch noch ein paar Angebote. Für 20% weniger als ein Premium-Set bekommt ihr halt zwar das Outfit, aber ihr bekommt die drei Waffenskins von einem anderen Skin, damit ihr halt irgendwelche Waffenskins habt, ja? Alles pappalapapp wird sich gar nicht lohnen. Wenn ihr unbedingt das Kostüm haben wollt, dann ja, aber ansonsten ist es halt absolut, ja, ich würde einfach aus dem Marktplatz versuchen zu snipen. Dann, für 1000 Pearls gibt es acht Inventarplätze, Auswahlkiste, sieben Tage, da hast du halt irgendwelche Buffs drin, irgendwelche, ähm, Quasif-Buff oder geimes Altmund-Buff oder irgendwie sowas. Dann hast du ein paar Lifeskill-Items mit dabei, ist okay. Also für Lifeskler, das müsst ihr selber entscheiden. Ich bin da, ehrlich gesagt, ich hab da keinen Bezug zu. Ich weiß halt nicht, 1000 Pearls, ich als Non-Lifeskler würde einen Scheiß tun. Ich würde niemals 10 Euro zahlen für Lifeskill-Items, aber ein Lifeskler bewertet die Dinge anders, ne? Der sagt, boah, sieben Tage Altmund-Buch, rein da, ne? Rein da. So, der tickt da anders. Ein gutes Angebot hier und aber auch damit das Highlight des heutigen Pearlshop-Updates. 88 Pearls für ein Rare, ein Pet, Ice Bear gut für Traglast, Eagle sehr gut fürs Lifeskillen. Ein Eagle hat eine Chance, euren Output, den ihr sammelt, zu verdoppeln, ja? Deswegen, also, ähm, auch als Non-Lifeskler finde ich, dass Eagle für viele Dinge hilfbar sein kann, ja? Aber ansonsten, Pummeliges Lamas genau wie Eagle, Yoho hat ein bisschen mehr Traglast für Barter-Items und Jojo hat eine erhöhte, äh, Reichweite zum Looten, dafür aber eine verlängerte Zeit zum Wiederlooten. Dazu gibt es noch ein paar Lifeskill-Items, also, ja, für 880 Pearls, ein Rare-Pad könnt ihr euch 5 Mal die Woche holen, ist schon ein gutes Angebot, ähm, gerade wenn ihr diese Pads noch nicht habt. Dann sind die ganzen, äh, ja, Lifeskill-Angebote, Lifeskill-Kostüme-Angebote, beziehungsweise Alchemie und, ich glaube, Verarbeitung, da sind 20% drauf, wenn man die noch nicht hat und man sie jetzt unbedingt braucht, dann, ja, damit habt ihr ein paar Vorteile im Alchemieren oder im Verarbeiten. Dann für 100 Pearls könnt ihr euch täglich nochmal ein paar Lifeskill-Items hier holen, ich würde wieder niemals einen Cent auf ihr ausgeben. Andere, die halt Lifeskill-Mains sind, vielleicht ein King-Dev, vielleicht ein Mario, die sagen, boah, 5 Energie-Tonicums, Larastee, jetzt haben wir ein Geheimbruch ausgedrückt, Rinder, ne? Aber ich kenne mich damit nicht aus, Leute, ich habe dazu keinen Bezug. 20% Rabatt auf Übertragungsschein für Arbeitsexp, damit könnt ihr Lifeskill-X von Charakter Y auf, äh, Charakter Z schieben, ja? Das würde gehen. Dann 20% Rabatt auf alle Begleiter, die ihr sonst noch so habt und ein 20% Rabatt auf ein Premium-Set, was ihr euch nicht holen solltet. Dann kommen wir zum Update EU. Update EU, ja, ist, äh, ein bisschen, ein bisschen viel, aber, äh, wir gehen mal schnell durch. Also, zuallererst, wir haben Awakening Berserker-Buff, wir haben Awakening Kuno-Nerf, wir haben Striker Succession und Awakening Utility-Buff, also, äh, lässt sich angenehmer spielen, hat hier und da vielleicht auch den einen oder anderen Buff bekommen, aber, ja. Dann haben wir in Awakening Lan etwas, was nicht so wichtig ist, aber dann kommen wir jetzt hier hin. Ein Segen des Morgens. Es gibt ja Land of the Morning Light und mit Land of the Morning Light wurden die Black Shrines hinzugefügt, die finsteren Schreine. Und dort gibt es aktuell, stand jetzt, äh, ja, Kalamity Stufe 7, das ist die höchste Schwierigkeitsstufe. Ich bin inzwischen main darin, mich über diesen Content aufzuregen, weil es einfach, ähm, für manche Klassen deutlich schwieriger ist, als für andere Klassen. Wie dem auch sei, solltest du, äh, das Glück haben, dass du die richtige Klasse spielst, der auch diesen Content klären kann, kannst du einen Buff freischalten für deinen Server, auf dem du das freischaltest, ja. Es gibt ja drei Arten von Bosse, Sonne, Mondlicht, Erde und je nachdem, welchen Boss du auf der Stufe 7 tötest, schaltest du für diesen Server für 180 Minuten einen Buff frei. Und zwar, für Sonne kriegst du ein Sheet AK, für Mondlicht ein Sheet VK und für Erde, das beste meiner Meinung nach, 20% Beuterate. Ne, ich denke mal, dazu wird es auch noch in, äh, irgendwelchen Discords, vielleicht auf Garmoth, auch einen Tracker geben. Wahrscheinlich werden sie das hinzufügen, dass man da immer nachgucken kann, wo läuft gerade welcher Buff, ne, wenn ich das weiß, werde ich euch gerne mitteilen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sich da einige fühlbereit erklären, sowas mit aufzunehmen. Oder vielleicht auf dem internationalen Boss Discord, mal schauen, also ich bin noch nicht sicher, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann haben wir, äh, ja, neue Symbole für gefallen, also für die Fallen God Items, ne, Fallen God Labresca Dance Handschuhe, da seht ihr unten auf der, auf dem Boden, ich bin leider gerade nicht im Spiel, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Ähm, Punkte, das ist dann Punkte für Mon, D, Tri, Ted, Pen, ne, also die sind ja immer Pen, aber die haben ja dann noch Abstufungen und diese Abstufungen siehst du unten an so roten Punkten. Sieht man am besten an Darns Handschuhe und ich habe es mir schon einem Koreaner schon zeigen lassen, also schaut euch das gerne mal einfach mal im Marktplatz an. Gut, dann, Magoria Piratenflotte wurde bereits letzte Woche in Korea hinzugefügt, jetzt auch in EU, ne, das ist einfach so eine kleine Flotte, die ihr hier treffen könnt, da gibt es auch ein Symbol auf der Karte, ne, und wenn ihr die trifft, ihr habt die, da kommt ein Riesenschiff, da kommen brennende Schiffe, da kommen kleine Schiffe, die wollen euch umzingeln, ne, müsst ihr halt töten, müsst ihr schnell töten, ihr habt die Chance auf Moosbedeckte Karten für Noll, ihr habt die Chance auf Kristalle, die euch, ja, weitere Stats geben, ein paar andere Items, die ihr so verkaufen könnt. Dazu gibt es auch nochmal heute ein Update in Korea, dazu kommen wir aber gleich, aber soweit erstmal eine neue Art und Weise Sea Monster zu handen, ja, das ist erstmal interessant. Dann gibt es den im Global Lab angekündigten Trashloot, ja, die Trashloot Anpassung, für Ackmann gibt es jetzt 1,75 fach mehr Trashloot Silber, das heißt 7500 vorher, jetzt 13.120, das gleiche auch für Histria, statt 15.000 sind es 20.370, ursprünglich im Global Lab waren es sogar 24.000, haben sie aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen geändert, oder es war ein Übersetzungsfehler, wobei eigentlich Zahlen nicht übersetzt werden, aber von daher, im Global Lab, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, ihr Bock habt zu recherchieren, waren es 24.000, das wurde jetzt angepasst, aber ja, ist okay. Dann unten, ja, Ash Forest gibt es mehr Trashloot, der Silberwert bleibt gleich, aber es gibt mehr Trashloot. Gut, dann haben wir außerdem noch ein paar Anpassungen hier, und zwar in der Sesec, in dem Sesec Söldner Lager, in Olokita gibt es endlich einen Church Buff, ja, das ist hier im Sesec Söldner Lager bei Burhan, der ist ziemlich im Norden, da oben, der ist oben bei der Node, da könnt ihr euch einen Church Buff abholen, die ganz normalen, die man sonst auch so abholen kann, und dann gibt es die Autofill Funktion für den Marktplatz, ihr gebt ein Xhaka und dann könnt ihr schon sehen, welche Möglichkeiten es gibt, um einfach sicher zu gehen, dass ihr auch richtig eingetippt habt, vorher hatte man gar kein Feedback und man hat einfach gut Glück irgendwie gedacht, okay, ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, muss aber nicht unbedingt gewesen sein. So, dann war es das mit EU-Patch, und damit kommen wir kurz nochmal zum Exkurs Korea-Patch. Also, kurzer Exkurs, ich gehe ganz schnell drüber, ja, wir werden diese Einzelheiten wahrscheinlich in den nächsten oder übernächsten Wochen sehen, ja, also das wird immer ein, zwei Wochen dauern, was wir in Korea sehen, da sind wir aber recht up-to-date, also da gibt es halt maximal zwei Wochen Abstand meistens, ne, so, erst mal Valkyra Awakening, sie wird in Early Game komplett genervt, ihr verbraucht doppelt so viel Ausdauer, wenn ihr Leertaste Rechtsklick benutzt, wie ein Ferrari, ja, dafür wird sie aber im Mid Game und im Late Game ein bisschen, ja, gebufft, also, aber wie die Ausweckungen sind, das müssen wir noch abwarten, das kann ich jetzt gerade noch nicht einschätzen, ich habe mir den Korea-Patch noch nicht angeguckt, ich habe mir die Global Labs nicht dazu angeguckt, aber, ja, dann eine große Nachricht für mich jetzt hier und zwar, äh, da Standort Assistent, das sind die Witch Shards, ne, Witch Wizard wird in Succession komplett gebufft, PvE-wise, also, äh, ich denke auch PvP-wise, weil die Cooldowns auch da teilweise runtergehen, äh, mehr Schaden, schnellerer Schaden, weniger Cooldown auf Meteor, auf dem stärksten Skill, den ihr überhaupt habt, Meteor fallet von 30 Sekunden auf 18 Sekunden geistig krank, also wirklich, das ist ganz, ganz heftiger Shit, den ich hier sehe, ähm, Earthquake kommt deutlich schneller raus, äh, mehr Damage auf den Skills, es könnte sein, dass das wieder eine Succession-Meta wird, also ich bin wirklich sehr gespannt, ne, Succession Wizard, Succession Witch werden hier gebufft, so, dann kommen wir zu Solaris Arena, das wurde bereits schon im Global Lab erwähnt, wir haben hier mehr Malus-Punkte, wenn du einen bestimmten Stand erreicht hast, einen bestimmten Rang in Solaris Arena und dann nicht mehr spielst, ähnlich wie in League of Legends, ne, die rankst du irgendwann nach einer Zeit und, ähm, ja, zusätzlich kannst du jetzt aber auch am Dienstags und am Donnerstags hier, äh, ranken, das gab es ja vorher nicht, das waren ja so rankfreie Tage, da kannst du jetzt ebenfalls ranken, ne, der Stand ist ab 2401 Punkten, da kommen diese Malus-Punkte und das inzwischen nach zwei Tagen und nicht mehr nach fünf Tagen. Dann, gibt es einen, ähm, ja, Change im Ozean-Bereich, äh, wir haben, äh, mehr Speed, wenn wir auf solchen Meeres, äh, ja, Faden, Schwimmen fahren, ja, wir haben, äh, einen Bata Buff bekommen, ne, wir haben, ähm, zum Beispiel die T1 Mats, die wiegen nicht mehr 800 Tragglas, sondern 100 Tragglas, das ist ein ganz, ganz huge Buff, also, keine Ahnung, wie sich das genau auswirken wird aufs Bartern, aber das macht es sehr, sehr einfach, es ist sehr krasses Quality of Life, was wir hier sehen. Dann, ähm, wurde hier ein Black Shrine Boss angepasst, 40%, alle Bosse wurden um 40% Attack Power reduziert, angeblich soll das hier eine schlechte Übersetzung sein, und mir wurde im Chat schon gesagt vor ein paar Tagen, dass das wohl nur auf, ähm, Calamity 1 Bosse gilt, nicht für alle, aber, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Calamity 1, da gehst du hin und atmest den weg, naja, gut, dann, ähm, gibt es eine Anpassung für Pearl Items, die man jetzt stapeln kann, Vorteilspakete, kann man Silve bauen, Handbuch, äh, Mershpalette, diese ganzen Items, die man vorher nicht stacken konnte, sofern sie die gleiche Zeit haben, kann man sie nun stacken, in Korea, es wird eine Spielzeit, äh, Belohnung, die erweitert wurde, von 50 Stunden bis hin zu, äh, 50.000 Stunden, und, ähm, auf Steam kannst du ja über Steam sehen, wie lange du schon im Video gespielt hast und so, und auf, äh, ja, Client Version musstest du ja alle Werte zusammenrechnen, das war ein bisschen blöd unter P, dafür wird es jetzt eine Anzeige geben, die Family Bound ist, das heißt, du kannst dann einfach unter P direkt Family Playtime sehen, geil, 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 also feier ich, feier ich, so, und jetzt kommen ganz krasse Quality of Life Updates, Leute, äh, Matrosenneid und Kapazitätzeichen, damit kannst du deine Crew in einem Schiff erweitern, von 40 jetzt auf 50, du kannst deine, die Kristalltaschenplätze, die durch das Kristalltaschenerweiterungsticket erweitert werden können, wurden von 100 auf 140 erhöht, mehr Pay to Win, ne, also das kannst du nur cachen, du kannst also jetzt bis zu 140 Kristalle in deinem Inventar tragen, ja, kostet nur ein Obolus, und es gibt auch dazu Angebote, ich würde diese Angebote abwarten und dann einfach rein cachen, dann Reliktbeutel, es wurde verbessert, die Artefakttasche durch den Artefakttaschenerweiterungskupon zu erweitern, also auch hier wieder durch cachen kannst du hier statt 30 bis zu 60 Relikte in deiner Tasche mittragen, mit ansparen, an sich erstmal schöne Änderungen, aber ist halt, da ist ein Donoball dazwischen, ne, gut, dann Dekia-Latene, Zyklopenland wurde hinzugefügt, da kannst du bis zu die Dawns Earring droppen, hier gibt es 5 Möglichkeiten, die Dekia-Latene zu platzieren, dann wurde nochmal Trash-Loot auf vielen Spots angepasst, entweder mehr Trash-Loot oder mehr Silber, ne, nur mehr Trash-Loot, mehr Trash-Loot, hier nochmal kurz eine Liste, Ash Forest Dekia, Tungad-Ruinen, Stadt der Toten, Tunkuta, also Turus Dekia, dann Krypta, dann Kratuga, altes Olun, also ohne Dekia, dann normales Turus, normales Dornwald, Äh, Apargifin, Razia, Saunillager, Murruwex-Labyrinth und Rutum wurde genervt, alle anderen wurden gemacht, die ich erwähnt habe, aber Rutum wurde genervt, dann diese Maguria-Piratenflotte droppt Items, da hast du eine Chance auf Items, die deine Kanonkugeln auffüllen, und das finde ich persönlich ganz krank, also wenn ich das richtig interpretiere, sind das Kanonkugeln, fehlende Granaten-Vorrhats-Box, Schiffsgranaten-Vorrhats-150, das klingt so, als könntest du jetzt permanent auf hoher See grinden, ohne dich resetten zu müssen, das ist ein ganz starker Noll-Buff, juckt wahrscheinlich fast niemanden, aber für mich steht halt als nächstes Noll an, deswegen juckt mich das sehr, dann haben wir Basiskrieg, Node-War, Siege-War-Changes, da werden so ein paar, ähm, Sachen angepasst, es gibt nicht mehr vier Tierstufen, es gibt fünf Tierstufen, du hast unterschiedliche Möglichkeiten, Anzahl an Personen mitzunehmen, du kriegst mehr, mehr, mehr Loot für deine strahlenden Ehrenmedaillen, die Restriktionen, die Caps werden angepasst mit den fünf Tierstufen, ja, auf Tier 5 Stufe gibt es keine Caps mehr, dann siehst du hier, dass ein bisschen weniger die Items wiegen, aber du hast hier vor allem, weniger Ehrenmedaillen, die du brauchst, um den gleichen Loot abzuholen, und es gibt sogar noch neue Items, die du dazu holen kannst, ja, das ist auch schon fast alles, wir sind fast durch, und zwar, wenn du hier eine Item, wenn du Items unter Shift-F suchst, ne, und die sind in deinem bestimmten Lager, dann wurde das ja immer so markiert, diese Markierung leuchtet jetzt viel stärker, damit man sie auch wirklich nicht verpasst, und das letzte, was ich hier noch erwähnen möchte heute, ist Leute, alle Pferde, die den Skill Sprint lernen, den haben sie sofort auf 100%, das heißt, man muss sie nicht nochmal erstmal explizit leveln, sondern du hast sofort Sprinten auf 100%, wenn du den Skill lernen solltest, okay Leute, gut, das war wirklich sehr viel, ne, ich sehe auf dem Tacho 26 Minuten, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, schreibt gerne mal auf jeden Fall eure Gedanken in die Kommentare, ja, und, äh, habt ein bisschen Nachsicht, ich, äh, bin kein großer Fan von diesen Anpassungen hier, also, ähm, ich finde, Inflation ist da, und man sollte auf jeden Fall Dinge, ein Unternehmen, um gegen die Inflation zu kämpfen, aber ich denke, das ist der falsche Ansatz, ich finde, Biohack hat da einen ganz guten Vorschlag gemacht, äh, aber, ja, schreibt gerne eure Kommentare unten in die Kommentarsektion, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, wir sehen uns im nächsten Video, oder im nächsten Stream, auf twitch.tv, slash, bis jetzt weiter, was geht's los? where the music plays, we stay when the music plays a alta, stop alone. Untertitelung des ZDF, 2020